So und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde League of Legends und zwar habt ihr abgestimmt für Soraka Jungle. Wer hätte es gedacht? Affe darf wieder Soraka Jungle spielen. Wunderbar. Mal gucken was aus diesem Match wird. Wir haben Noxus Poppy mit dabei. Ich glaube er spielt Nami. Genau. Kann gerade nicht connecten. Keine Ahnung. Hat da ganz anscheinend irgendwelche Probleme. Mal sehen. Wir haben auf der Top Lane Jin Jong Tak mit als Hekerim. Auf der Top Lane Klo Funky Freak als ADC mit Ash. Er hat sich so gedacht, hey die Gegner haben Rengar. Picke ich einfach Ash. Denn Rengar wurde bei den Gegnern als zweites gepickt. Ich hatte First Pick. Ja. Da dachte er sich einfach, hey gegen Rengar ist Ash doch bestimmt voll toll. Gut. Und Klo in der Mitte als Zillian. Wunderbar. Kann ja wieder ein heiteres Gefide werden. Ich werde einfach mal wieder hier die Leute im TS entmuten bzw. mich entmuten und dann werdet ihr die gleich wieder hören. Mal gucken was sie wieder für Kram von sich geben. League of Legends ist hier auf dem richtigen Sound. Ich hoffe mal, dass es nicht zu laut ist, wenn wir gleich in Game sind. Keine Ahnung. Also, ich entmute mich jetzt mal wieder. Sagen wir. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Jetzt sieht man das ja immer. Das ist voll beknackt, ey. Auf TS. Hi. Oh, ciao. Boah, ich hab den Silber 2 Brocken abbekommen, Mann. Soraka, Soraka, Soraka. Pff. Irgendwie der Gnadendiamond 2, Rengar Diamond 2. Aber dieses Silber 2 Brocken. Ja, sicher? Das ist gemein, ey. Ich muss gegen so einen Diamond 2 Brocken als Diamond 3 Brocken, ey. Boah, super gemein, ey. Ich hab's lieber 2, Mann. Pass dein Botline Platin 2 und Gold 4. Oh, nicht die Brocken, ey. Nicht die Brocken. Wir haben hier einen Namen, ey. Das ist super gemein, ey. Lushen hat in 7 Games in KDA von 4, 5, 4. Guck mal, wie hübsch. Ich war's im Jungle als Soraka gegen den Rengar. Hab ich ja auch grad so gedacht, ey. Guck mal, übelst bunt. Soraka gegen Rengar. Warte, wir töten die. Wir töten die, wenn die kommen. Ja, warte. Da ist sie, da ist sie. Meet, 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 meet. Ich kann ihn aus. Guck. Wir haben keine Worte, sorry. Hä, doch. Ich bin Elfenkläpp. Nee, wir brönen nicht. BWL, du musst hier ein Worte nicht stellen. Ich bin der Meister des Elfenkläpp. Oh, siehst du meine Hüfte, Alter? Du brauchst das, Klo, du brauchst das und verliert ihr die Lane. Du brauchst den Erdy Harris da. Die Füße, nass. Jetzt wartet bis sie da kommen. Ja, das war eine Banane. Oh Mann, ich hab Angst. Sagt die ja, das war eine Banane? Mach nochmal so einen Spruch. Ja, das war eine Banane. Gut übersetzt. Danke. Ja, das war eine Banane. Mal wieder in Englisch aufgepasst, ne? Ein bisschen. Oh, weg! Auf deutsch. Aber nicht weg. Er ist alleine. Als ob er hier Englisch könnte. Auf weg, auf weg, auf weg. Wie kennen die, wie kennen die, wie kennen die, wie kennen die. Wie kennen die? Ja, der kommt. Der auf den Weg. So Leute. Ist ja nicht so, als wäre ich schon fast oben, aber so ist es. Jetzt hat er mich hier gebetet. Bis oben, Gang? Nee, ich bin OOM. Geh mich doch. Ja. Ablein. Der Jintag, der Jintag ist ein Troll, 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 Troll. Warte, lass pushen und dann geben wir den. Nein, ich meine, guck, geben wir den Spiel. Da hätte ich mir vielleicht einen Shield geholt. Naja. War zu einfach. Auf sie. So, was ist jetzt hier los? Wir gegen Wenger, ne? Oh man. Ja, der Ignite, das ist super gemein, gell. Ha. Aber macht mir nichts. Das ist fett. Ah, ich bin so gut. Genau, ist fett. Hä? Ich hab doch first. Ich hab doch first, 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 first. Jetzt hab ich TP. Das heißt, Eleni ist gewonnen. Ja, erst wenn du einen Tower hast. Oh. Ja, gut. Easy win. Das hab ich. Ups. So, was geht jetzt hier ab? Wo ist Wenger? Siljen? Siljen, Siljen, Siljen. Ja, hab ich vor. Was hab ich jetzt zugekommen? Ich geh invaden, ja los. Scheißdreck gehst du invaden. Was? Ich bin so racker, Mann. Ich hab zu tun mit seinem Silver 2 Brocken. Komm mal her, ich geb den. Ich will lieber ne Runde fahren. Oh, ich hab meinen Mann noch gar nicht geskillt. Silver 2. Ah, den hab ich gekriegt. Kannst du später ne Aufnahme angucken. Kannst du angucken. Jetzt hab ich morgen nur auf die Aufnahme geguckt. Ja, dann guckst du auch. Weil du kleine Hoden hast. Kann ich dir den ganzen Schuss zeigen. Hast du schon den Typen gelesen? Der meinte ich wär besser als du in der Mitte? Ja, den hab ich mir angeguckt, den Account. Und der ist einfach so schlecht, ey. Vielleicht vielleicht... Wanna kill her? Ja, das ist so was von gar keine Ahnung von League of Legends. Was ist? So Rengar, wo bist du jetzt? Eigentlich wollte ich dich machen hier. Hier. One on one. One on one. Hm. Ich wollte eigentlich kommen und dir Mana geben zu denen, aber ich hab meinen eh noch nicht geskillt gehabt. Ja Jungs, ich bin tot. Wo ist mein Gang? Jungs. Also, ne. Ne. Oh man, da fliegt der schon wieder. Hey, unser Feed. Hallo. Boah, wie macht der mir denn 662-30-Attack damit? Warum sind denn schon wieder alle tot? Das ist heute wieder lustig, du scheiß Feed. Ich bin nicht tot. Ich bin hier survived. Wo ist Rengar, man? Ich wollte Schlange gegen ihn kämpfen. Oh, da ist er! Ey, hinter dir! Sillien, Sillien, Sillien! Ja, ja. Alter, danke. Jawoll, Claire. Nice. Autotech auf du, ich hab so viel Mana. Ich hab jetzt ne E, komm. Komm, 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 komm. Hier, bitteschön. Drei Jahre später. Die sind 20 Mana, ey blöd. Hätte ich Red Buff gehabt, hätte ich den Kiten können, den Rengar, aber so nicht. Ey, da ist er, da ist er, da ist er. Oh yeah. Gib mir Mana. Ja, jetzt kriegst du ne Bombe. Ja. Get rekt, Bro. Am vollem noch. Puh. Ja, ist noch den hier. Yeah. Wir pushen hier noch durch. Das ist echt gemein gegen Knapp. Ja, ich hab kein Mana Rekt. Ich hab AD mitgenommen. Ich werd nicht mal, ich hab zwei Zähne vorzeit von dem Jam angeschaut. So, ich hab jetzt meine Ulti-Felze immer wieder gut timen. Ja, ja, deine Sillien-Uldi kennen wir alle, ey. Ey, Rengar könnte hochkommen auf die Top-Lane. Und ganken. Ach nee, da ist er. Dann geh ich wohl AFK. Der verteidigt. Verteidigt. Und ich hab's gewohnt. Einfach mal sofort AFK. Da kennen wir uns. Den werd ich jetzt töten. Volltöten. Glück finde ich mittlerweile Main Support. Main Support. Löw, 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 Dun, 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 Dun. GORREN! Verlieben verloren! Geil. GORREN! GORREN! Das ist supergeil! GORREN! KOMM, IN THE MTTE! Ich komme! Hekaren kommt. Von hinten! Na gut! Starker Gang, ey. Starker Gang. Hä? Was, wie war jetzt jetzt mir? Fast so, fast so stark wie meine Gangs. fast nicht ganz bei mir kommt wenigstens noch ein bisschen mana rum da kann ich mir genau drauf naja jetzt habe ich ein ohrwurm von geliebt die gma die gma kommt und klatscht uns das ist geschützt meine freunde los auf den gna den machen wir fertig ich hab noch eine ulti ja ich hab eine volle ulti komm doch zu mir ey ich war bereit ich hätte fast geflasht um dir die ulti zu geben man ist dir kein bisschen entgegengekommen das war schon gar nicht gemütet gar nicht gemütet ich bin dort voll gemein warum muss ich gegen so einen knar spielen der cheat hat vorher ey wo ist dieser ranger hin ist er in unseren jungle hoch nein Gott sei dank sonst bin ich jetzt tot er ist vielleicht nochmal unter ja ich hab ulti geil immer aufhören mach sorry shorti und ulti mit ja ey der ist nicht low der ulti ist immer mit er kann ob low oder nicht oder ob er da ist oder nicht scheiße ich hab keinen mana wer denn nicht mehr zertrifft war für top kenn ich ja und vorbote und nachbote nicht vergessen vor allem ich hab jenna einfach backporten gehört obwohl die im bush war ja das rand ich auch letzts der flash hat mich aus auf diesem Ich bin ein Engel, aber ich bin voll der weißen Bildschirm. Und jetzt? Jetzt gehst du hinterher, hast du noch Mana für Double Bomb? Nein, 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 nein. Ja, springt er, dann springt er. Ja, macht er noch so sein. Springt er dann noch zur Seite, ey. Ey, macht er, will der was, was tut es? Aufm Weg, aufm Weg. Chlor. Bubbeli, bubbeli-bubbeli, bubbeli, 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 bubbeli. Ne, ich hab echt genug Mana da immer so. Oh, schnippt, schnippt. Bleib dran, mein Freund, bleib dran. Guck mal, ich heal dich. Ich reduziere deren Magieresi. Auf den ADC. Oh, WWE, nice beat. Oh, hast du noch Mal Glück gehabt, ey? Pucs. Nein, das ist nicht mein Kill. Alter, ey, ich spam hier wie ein Boss, wir können hier die ganze Zeit. Wir könnten easy Drake machen, Leute. Mach den. Ich solo kacke da rein. Tschüss. Tschüss. Toll ey, toll. Im Glück war so ne geile Hashtag. Ja, die war schon schnieke. Von Trotting gelernt. Ne. Ah, ich brauche noch. Wer auf der Top stirbt nicht. Ich hab gleich Ulti, dann unterstütze ich dich im Kampf. Ich brauche noch 300 Volt. Oder 250. Ja, gesagt. Wir gewinnen. Was? Bam, 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 bam. Bell him follow. Wow, die haben hier nen Pink? Seriously? Die will sleep. Die machen den Ward-Eyfer nicht weg. Mal jetzt. Letzter nicht sagen. Danke. Kein Problem. Ich hab gehofft, dass jetzt das Pferd das da oben killt, den Typen da. Aber nein. Ey, Rengar mit Ulti hier. Rengar mit Ulti hier. Rengar mit Ulti auf die Toplane. Oh Gott, das heißt, ich bin tot. Kannst du jetzt nach Hause drehen? Scheiße, Mann. Oh, Mann. Nice Portlane. Wo bleibt euer Gang? Ey, ich war gerade auf dem Weg zur Toplane und dann sehe ich den da hinwiss. Oh, Leute, was ist denn? Was ist denn jetzt hier los? Ey, hast du den gesehen? Ja. Das war optimal von ihm. Was ist hier los? Was geht denn ab? Und gegen mich, Try, haltet er immer in seiner Rangeform, ey. Super. Und gegen sowas verlierst du ja? Nee, mir so. Oh, Mann. Was ging da schon wieder ab? Ja, unser Spiel nicht so einfach macht. Der Dive also hat Ryan. So wie in Zinsco. Richtig. Das ist vollkommen richtig. Dafür habe ich das so gemacht. Das war alles geplant. Könnte jetzt auch 5-0 stehen, ja. Aber... Nee. Dann bringt das ja nichts. 1-0-2, meine Freunde. Das sind Dream Stats. Und bestimmt das meiste Mana verteilt im ganzen Spiel. Die Biss in 3, 2, 1. Boop. Ja, du hast... Das ist lustig, wenn man einfach die Zeit abzählen kann, bis man den Kill bekommen. Ja, wenn du zählen könntest. Oh... Kappa. Da ist ein Rengu. Da ist ein Rengu, ja. Und gar nicht, geht zu Kler. Nee, der kommt zu uns. Was war ab, Fun? Vielleicht kommt er auch zu mir. Ja, der kommt ein. Da ist er zu... Geht er zu Kler. Geht er zu Kler. Komm, ey. Ich komm. Ich auch. Ich auch. Oh, Mann. Komm, komm. Kill, 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 kill. Oh, ja. Komm her, ich gebe dem Mana. Das ist fair Mana gekriegt, glaube ich. Da, gehol, Janna. Ich hätte eigentlich auch schon mal einen Rackflug machen können, aber nein. Aber, wie ist das so gelernt? Klo, wie ist das Problem, ey, man. Komm, Moment. Sonst hab ich keine Lust mehr. Tschüss. Nooo. Jungs, ich komm, bot. Wo ist der Arrow? Ey, da ist die Katze. Nooo. Beziehungsweise, so sieht der Katzenmäßig aus. Ich mach ihn nur zum Last-Hit. Oh, Mann. Nee, Mann, ey. Dip, 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 dip. Ja, aber du sie holst halt auch nur zum Last-Hit. Achso. Ich war aber nicht low. Ich hab noch Mana. Ich hab noch Mana für dich. Also nicht da. Komm her. Alter, meine USP-Headshots, ey, waren einfach zu gut. Ich hau meine Ulti raus für dich. Ja, war voll nicht nötig, ey. Ja, war auch nicht nötig. Oh, fuck. Warum war hier in der Ulti? SS-Top, ne? Ich hab nicht einfach so. Ab nach Hause, ich hab... Ein schönes Gebombe hier, ey. Okay. So, in einer Sekunde geprägt. Der flasht! Der flasht! Der flasht! Was für eine Elo war der normal? War der... Achso, ne, der war... Der war 2-Borten. Achso, ich wollte gerade sagen. Der war brauchen 2. Und was ist nochmal der Gnar für Elo gewesen? Jungen 2. Oh, nein! Die Ulti! Doch. Der Rengar auch. Also, dieser Gnar macht echt komische Sachen. Der kämpft mich die ganze Zeit mit 2-AP. Ich verstehe das nicht. Der geht ganz komisch an die Sachen. Ist ja auch normal, da kann man mit rollen, aber... Der hat ne Bombe drauf, 100-AP, ein sicherer Tod ist in einer Sekunde am kommen und der flasht noch. Ich muss von dieser Bombe wegflaschen, Kater sollte ich flaschen. Ist wie dieser Naughty-Lutzer von früher. Genau, Alter. 30.000 Dots drauf, 100-AP, erstmal wegflaschen. Jetzt ist ein fantasialer look-flasBand von keinen dessas Karten. Aufänner sicherheit. Den Skyberg، ne cara wird also mit uns machen. Alles direkt . 1200-AP hat keine Haar. Na,ΐ-St Văr De 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 Nur jetzt läuft's im Jungle League. Warum tötet der mich einfach die ganze Zeit? Was ist das für ein Kack-Champ? Jo, ja sicher. Jo, komm, ey. Siehst doch ganz schön tot aus, Pferd. Ja, der gibt mir zwei Autotacks und einen Kuh und einen tot. Ich will ja nicht sagen, dass der okay ist, aber... Keine Sorge, dafür haben wir ja unsere Bocklet. So bleibt der Erro, ich kann dich töten. Warte. Ach so. Ja, der macht mich einfach instant, Mann. Du bist ein Lava-Kopf, ey. Der macht mich voll instant. Gegner tot. Ey, der Six kommt hoch zu euch. Ja gut, dann bin ich tot. Gut. Wenn er runterkommt, bin ich tot. Und, Stababel. Wie hoch? Wenn er runterkommt, bin ich tot. Besser mit einer Autotack-Versorgung, den Typen hier. Klo, nice teamwork, Mann. Yes, mate. Pretty awesome. Oh! Easy. Guck mal, süßig. Nice. Lowlife-Banditen. I need Mana. I need no CD. Gib mir deinen Weh ab. Gib mir deinen Weh. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir deinen Weh. Dein Rüsenglied. Rüsenglied. Ein Glied wie vom Schmied. Er kommt gesprungen. Fährt. Sag Bescheid, wenn du meine Ulti brauchst. Ah, ich brauche die Ulti. Ich habe da irgendwie Wissen verloren. Ich habe den vergessen verloren. Mann, ey. Ich habe es nicht gesehen. Gib mir mal bitte den Blue. Nee, need, alter, need. Ich habe es nicht gesehen. Ah, du kannst doch immer wieder den Blue nehmen. Ich kann dir aber immer wieder Mana geben. Ja, wenn du meine Wehe bist. Ja, dann komm, töten wir den. Okay. Du Tryhard ist hier. Wie gern. Mal deine Ulti-Slack abgelaufen. Und ich habe den Brocken, ja. Also sei leise. Claire hat Brocken 2. Ich habe den Brocken. Du hast keine Ulti? Ich wollte gerade sagen. Ich frag mich so, was ist denn hier, Claire, Alter? Ich habe meine Ulti-Ready, hab so alt und her gedrückt. Denkt mir so, okay, bin auf der sicheren Seite. Aber er hat hier gar nicht gecastet, Mann. Aber das sieht man ja jetzt noch. Ich brauche hier ein Bildschirm, glaub ich nicht. Boah, Gintech. Du Loob, ey. Kannst du mal aufhören zu sterben? Schau mal, er macht keinen Arrow. Ich, ich, nee. Ey, warum soll ich den einfach so machen? Hallo, wir können dich töten. In 75 Sekunden habe ich Ulti. Ja, gut. Nee, Alter, ich hoffe, du stirbst, ey. Nee, ja, nice. Terminiert. Nee, Alter, sei leise. Rengar kam auf mich gesprungen. Sei leise. Mit Gintech kann man einfach nicht spielen. Gintech, ganz ehrlich. Okay, Pferd, was ist los mit dir? Gehen wir rein? Ich sehe den ganzen Sack in Mute. Oh, go, 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 go. Nee, nein, nein. Da ist Playman. Sollte Krakauer. Sigi. Ja, go. Der Ulti. Die haben keinen Termin. Der Ulti kriegst du auch, Affe. Ja, dann los. In weiß. Jo, äh, Rest in Ease. Würde ich mal sagen. Krass. Musst du nicht hinterherflasht. Ja, Mann ey, du hast auch schon geflasht. Ich hab nicht gesehen, dass du schon eine Bombe drauf hattest. Ey, wie schnell ist denn diese Fotze? Was? Ey, nicht solche Wörter. Ey, ich sag's dir. Gehen, gehen, gehen. Oh no. Soll ich jetzt tanken? Ja. Vielleicht. Tankerino, tank tankerino. Ich komme, ich komme. Oh. Da ist der Fisch tot. Blurp. Ich komme nicht. Blurp. Wieso nicht? Baite. Weil wir eh kein Ero haben. Ja, los Asche. Ja, ich baite. Los. Ayesha heißt das Ayesha. Baite. Pssst. Ich baite. Oh, Mann. Die ersten Heel. Also, eine Ayesha muss ich Carry nennen. It wrecked. Ne, also das ist echt fies. So. Abflug. Du weißt schon, dass du das Spiel für andere verzaust. Warum? Ja, die Gegner wollen auch Spaß haben. Und du stirbst einfach nicht. Oh, ich bin doch schon gestorben. 2900. Du fühlst dich jetzt übel schlecht wegen dir. Du machst den übelst das schlechte Gewissen. Ja. Du bist echt kein guter Mensch. Ja, sorry. Ne. Et. 200 Gold. Neat. Go, Noxus Poppy. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Man kann einfach so durch den Stein durchlaufen. Oh, diese Supporter Damages. Hui. Gut. Easy. Er weiß, dass ich keine Ulti habe. Gib ihn doch einfach. Dann kommst du doch eh nicht. Wie denn? Ich hab keinen Q-Ready. Ich kann dir einfach nur Autotext machen. Okay. Ihr beiden seid Helden. Wahrscheinlich stellst du die Renga davor. Still. Noch eine Sekunde bis Q-Ready oder eine Sekunde bis Ulti. Gut. Aber wenigstens stehe ich nicht positiv. Das ist ja wenigstens was gut ist. Ja. Mein Mana geht mir so schnell aus. Weißt du. Ich bin auf dem Weg. Ja, gut. Ich bin mal aus hier, ne. Ich krieg doch noch ein Wort. Oh, eine Lasagne haben viel. Boah, wie lange ist das schon her? Mit diesem Lasagne im Skandal, ey. Gibt's einfach drei Wochen, ja. Sicher. Sicher. Erenga macht den Red. Geil. Moin. Pass auf, das ist der Brocken 2. Brocken 2. Oh mein Gott. Wo kommt der Lappen denn her? Renga nehme ich im 1&1. Und dann kommt dieses stinkende Mist wieder am Sluschen angelaufen, ey. Das ist echt rassistisch. Voll der Rassismus hier, ey. Du hätt ihn das nicht gehittert. Holy moly. Holy moly. Holy moly. Also holy moly sin. Oh, please. Ich wollte gerade sagen, sich bleibt bitter in seiner Nähe stehen, ne. Ah, dieser Rangor. Dieser Rangor. Was war das? War das nur eine Salve? Was ist darin verreckt? Ey, Serien, Mann. Du wirst übelst rumgebobst und er flasht. Lol. Das hat ihn getötet? Ja, natürlich. Na gut. Er hatte noch irgendwie 15% oder so. Oh, die Ashflashes. Jawohl, du bist gestorben. Alter. Oh shit. Wow, meine Bombe war drauf. Toxic. Ey, meine Bombe war auf mir, Idiot. Ich hoffe, du weißt das. Meine Bombe, meine Bombe, meine Bombe. Meine Bombe, meine Bombe, meine Bombe. Der Red ist nur noch da, weil ich den verteidigt hab. Nice. Du hast deren Red verteidigt, sagst du? Richtig, damit wir den steilen können. Bin ich wohl wieder am Carry. Schade mir weh. Nice try, nice try. Nice supporting me. Andara-Firma hoffen. Würdest du sagen, wir machen mal Baron? Vielleicht mach den Solo. Würdest du sagen, ich baite? Ja. Oh, erst mal das Sack hier geheilt. Man sieht immer diese Synergie zwischen uns. Ja, baitet mal jemanden in den Arrow rein, der kommt da hin. Ich hab... Baitet den rein. Wieso schießt du den überhaupt in den Arrow? Da ist gar keiner laut. Baitet den doch rein. Ihr müsst die reinbaiten, Jungs. Oh shit. Ey, komm hierher, Nami, 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 Nami. Okay, ich hau ab. Wir wurden überrannt. Wir wollen überrannt. Ich mach den Individu. Warte auf mich, Jintag. Nein. Auch so. Esch und Soraka sind einfach unzerstörbar. Der kleine Jintag dann noch nicht mal positiv. Ich gewinn gerade das Game, ja. Ja. Die ganzen Gegner abgeschreckt, sodass sie nicht richtig fighten konnten, weil sie nach oben geschaut haben. Alle haben während des Fights nach oben geguckt, ey. Was ist da los? Ich kann das besser. Ne. Au. 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 Ey, die kommen. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Der will sogar wirklich fighten. Kann man auch noch? Zum Glück hab ich Tee. Uuuu. Ey, Zillian ist jetzt auch hier. Ich hab keinen Ward hin. Ich hab keinen Ward hin. Ich hab keinen Ward. Ich hab keinen Ward hin. 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 Ja, ich hab keinen Ward hin. So. Yo, easy. Surrender, surrender. Soraka jungle, too strong, ey. Der Heker war auch komplett im ganzen Game mit dabei, also. So, und das war die nächste Runde. Leak auf Legends hier, Soraka jungle, einfach too strong. Am Ende haben wir wirklich schön Schaden gemacht. macht. Selina natürlich, Ash. Und das war ein schönes Match. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr im übernächsten, oder was ihr im nächsten Vote mit dabei haben wollt. Und ansonsten votet jetzt in den nächsten Sekunden für den Champion, den ihr im nächsten Video sehen möchtet. Wir sehen uns dann. Haut rein und bis demnächst. Äh? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017